Und ich glaube ich habe gerade was gesehen, Moment, ich guck mal eben ins Kampflog, es kann nicht jeden Tag regnen, es ist glaube ich eine Gruppenquest, na scheiß drauf, jetzt machen wir die alleine, man soll's, wir haben den ja jetzt auch alleine umbauen gekriegt, ist schon ganz cool muss ich sagen, also dass wir mit dem Berserker jetzt schon die Bams hier in diesem Gebiet klein kriegen, natürlich ist immer das Hauptziel, nicht so viel Schaden zu kriegen, Aua, Aua, ah gut, da haben wir uns einmal abgewechselt, was wird das jetzt wieder, okay, und wie geil die Viecherbau aufsehen, das ist wirklich der Hammer, so, eben einmal weg, damit er uns nicht zerstammt, und wieder dran da, Heiliges Lächeln, warum tue ich das eigentlich, oh oh, was hat er jetzt vor, ach gut, dass wir da ausgewichen sind, ja das ist natürlich der Vorteil bei so aktiven Viechern, jetzt haut er uns auf jeden Fall wieder, sehr schön, ich kriegst direkt auch noch einen rein, jetzt will er es aber wissen, jetzt will er es aber richtig wissen, zack, weg mit dir, oh, jetzt, jetzt tritt er wieder, und weg mit dir, okay, dann springe du mal so ein bisschen rum, wenn du es möchtest, puh, sehr schön, immer zwei Schläge zusätzlich verteilen, jetzt tritt er mich wieder, hau ab, oh, ich sehe da, glaube ich, auch einen Weltboss, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil hier dieses komische Viech, das war definitiv ein Weltboss, ach, jung, 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 du kannst doch nichts, kennst du den schon, zack, sehr schön, hier, ich hab da noch einen für dich, au, 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 da hat er beide getroffen, war nicht so toll, und einmal den drauf, oh, oh, drei, vier, und ich bin dran, hier, frisch den, eins, zwei, drei, vier, hier, da hab ich noch einen für dich, zack, oh, wir haben ihn geschmissen, sehr schön, dann einmal den drauf, nochmal vier drauf, hat auch gut geklappt, dann kriegst du ja jetzt einmal fünf, oh, oh, gut, jetzt haut er ab, der Schweinehund, gibt's ja gar nicht, du feige Nuss, und damit haben wir wieder einen kaputt, die geben auch gute Erfahrungspunkte, so wie ich das gerade sehe, so, und auch natürlich super Runen geben die auch, so, so, was haben wir da, das ist auch definitiv der Weltboss, ich könnte theoretisch, ne, erst mache ich die dicken Viecher kaputt, erst mache ich die dicken Viecher kaputt, weil nicht, dass wir gleich sterben und den Weltboss dann nochmal machen müssen, und im Moment Leben sieht noch super aus, das heißt, einmal drauf hier, ah, gut, er fängt sofort damit an, seiner Viererkombination, kriegt da von mir auch einen auf den Sack, sehr schön, auch, das war jetzt nicht geplant, ach ja, wollt's mich schon wieder stampfen? Alter, zwocke! Oh oh, oh oh, komm mal bitte näher, komm mal bitte näher zu mir, weil ich möchte nicht unbedingt in den zweiten reingeraten, okay, wenn wir einschaffen, schaffen wir auch zwei, aber ich weiß nicht, ob wir sie gleichzeitig schaffen, was macht der denn da? Ah, okay, so wird das nix, mein Freund. Ich hätte gern das Schwert, was du da hast. Ach ja, er tritt wieder aus. Junge, manchmal habe ich ein bisschen Schiss vor deinen Attacken, weil ich nicht weiß, ob ich noch rechtzeitig blocke. Was macht er jetzt? Ah, da kommt er dann wieder damit an. Okay, da kriegt die nix. Einmal den, komm, einmal vier reinhauen. Aua, Arsch! Ich bin unverruttbar! Wobei, der macht mir noch Schaden, dafür ist die Waffe einfach nicht ausgereift genug. Oh, und da rennt er, versucht er wieder wegzurennen, aber von mir gibt's kein Entkommen! Du alter Pansen! Sehr schön, ich bin dran! Ach, guck mal! Solange er da rumbrüllt, kann ich da auf jeden Fall noch ein bisschen draufhauen. Hei, nixblechle, das sind aber auch geile Kämpfe. Also da muss ich sagen, das gefällt mir schon sehr gut, die Kämpfe gegen den. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den alleine schaffe. Oh, oh! Ei, verbübscht! Das war nicht gut, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Hier, hauen wir den mal drauf und dann muss ich sehen, dass ich zum scheiß Gift groß werde. Da haben wir's schon losgeworden. Sehr schön! Einmal heilen und weg, bitte! Weil wir müssen uns jetzt ein paar Mal öfters heilen. Au! Verflucht! Was hat mich da getroffen? Da hat er mich, glaube ich, erwischt mit seinem Angriff. Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Komm schon, ich brauche Leben! Gut, 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 gut! Ja, toll! Er stampft schon wieder. Da haben wir ein bisschen Leben uns zurückgeholt. Und da muss ich echt aufpassen, wenn er uns damit erwischt, dann sieht's nicht mehr ganz so rosig aus. Oh, gut, er taumelt! Schnell Leben holen! Sehr schön! Ach man, er stampft schon wieder. Das Stampfen geht mir eigentlich wenig auf den Sender. Aber... Au! Au! Sehr schön! Nochmal! Junge, 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 Junge! Du machst mir grad jetzt ein paar Sorgen! So, mal einmal draufwenden. Oh, wir haben ihn umgeschmissen! Sehr schön! Einmal den drauf und einmal aufladen! Friss den! Wow, 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 wow! Und da rennt er wieder weg, der alte Feigeschisser! Nochmal vier! Und einmal den! Jawoll! Meine Herren! Kollege! Das war ein harter Kampf! Aber auch nur, weil du mich zweimal fiese getroffen hast! Oh, und ich glaube, die Katzen sind grad wieder noch! Buffy drastet zumindest schon wieder aus! Ja, unsere große Katze heißt Buffy! Äh, fragt mich nicht, warum meine Frau die so genannt hat! Wahrscheinlich ist sie ein großer Fan von der Serie Buffy! Ähm, F6 bitte! Einmal zum Aufladen! Und dann holen wir uns noch den letzten rein! Bevor wir zu unserem Typen da labern gehen! Oh, es laberst! Buffy, lass doch mal den kurzen irgendwo her! Aua! So, und dann einmal hier mit vier! Zack! Sehr schön! Oh, oh, oh! Was hat er jetzt wieder vor? Ey, du alter Schwanzmann! Komm her! Ich bring dich noch zum Torkeln! Ei, 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 ei! Der war nicht nett! Oh, 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 oh! So, da haben wir uns schon mal wieder ein bisschen Leben von ihm besorgt! Und für das Rumspringen müssen wir definitiv verteidigen! Nicht, dass wir uns wieder so böse erwischt! Oh, 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 oh! Ja, super! Geil! Hier, komm! Direkt noch ein Heilungsschlag drauf! So! Oh, oh! Er stampft wieder! Der alte Stampfer! Ja, da haut auf! Versucht dann wieder abzuhauen! Soll mir recht sein! Komm mal hier in meine Richtung, bitte! Bevor wir dann gleich die Schnecke mal angehen! Ah, er versucht mich dann wieder abzuschmeißen! Ja! Der Wille war auf jeden Fall da, kann man doch sagen! Uah! Ah, ich werd leicht panisch! Bei dem Gegner! Jawoll! Ach, scheiße! Wollte ich gar nicht! Na, er stampft da schon wieder! Oh! Weg, 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 weg! Sehr schön! Hat geklappt! Jetzt muss ich erstmal wieder so ein paar Mal normal draufhauen! Weil wenn ich das nicht mache, fehlt's mir einfach an Mana gleich! Und da jetzt wieder? Oh, okay! Sehr schön! Einmal da! Ah, Stampfer! Da haben wir auch wieder gut getrunken! Uah! Na komm schon, Junge! Du kannst doch nix! Ich mach bestimmt auch für solche Mobs ganz schön gute Arbeit als Tank, ey! Also, tun tut der mir ja nicht viel! Zumindest hätte ein Reiler nicht viel Arbeit mit mir! Sehr schön! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah, schön! Umgefallen! So, heilen wir uns einfach mit nem Viererschlag! Dann gönnt sich ja sonst nix! Oh, oh, wir sind ja voll! Kann ja gar nix passieren! Oh, lege! Hast du noch Fragen? Oder gibts der endlich auch? Na, anscheinend will er nicht aufgeben! Oh, da ist auch wieder ein Krankenwagen unterwegs! Aua, aua, aua! Arschloch! Sehr schön! Einmal torkeln! Einmal den reinwämmsen! Dann einmal den! Wenigstens macht der bemerkbar, was er für Attacken macht! Das find ich ganz gut! Da kann man auch dann gut ausweichen! Ei, 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 mein Junge, mein Junge, mein Junge! Ich hab nur noch 72 Ausdauer! Und da stampft er wieder! Der kleine Stampfer! Jawoll! Quest abgeschlossen! Wo ich damals vier Leute in der Gruppe hatte! Oder zumindest zwei Leute! Schaffe ich das jetzt alleine! Das ist fantastisch! Auch schöne Glyphen bekommen! Beziehungsweise Runen! Und jetzt würde ich sagen... Ne, ich glaub ich geh erst hier oben hin! Sprech den Typen an! Bevor ich den Weltboss einmal angehe! Weil... Das ist sonst ein bisschen problematisch! Nicht, dass ich sterbe und wieder in der Stadt rauskomme! Das will ja keiner von uns! Und jetzt hab ich auch wirklich wieder eine ganze Folge nur mit dem Kämpfen gegen die Bams verbraucht! Sehr schön! Wiederbelebungsrollen brauche ich nur, wenn wir in der Instanz sind gegen andere! So, was hast du? Sklavenhüter! Schlüssel davon! Ach, das sind die, die hier ringsrum sind! Ja komm, dann hauen wir die erst nochmal eben zu Klump! Dann haben wir schon mal zwei zusammen! Hier nochmal zwei! Sehr schön! Ja! Ich wollt grad sagen, manchmal darfst du auch angreifen und nicht nur da stehen! Okay, der hat mir den Rücken gehauen, das war ja natürlich nicht so nett! Vier von acht! Und dann holen wir uns... Fünf von acht! Ach, da ist noch was! Sehr schön, haben wir das auch! Habe ich das jetzt gerade eigentlich richtig sehen? Waren das nur fünf von acht? Sechs! Das heißt, einer fehlt uns noch! Das ist ja Wahnsinn! Oh, gut, dass wir da wieder so einen Ausdauertrank haben! Weil den werde ich mir, bevor ich den Weltboss angreife, mal einen verleiben! Dann seht ihr das auch, wie das funktioniert mit dem Ausdauer! Sehr schön! Die sind alle fertig! Oh nein! Gott sei Dank haben die mich jetzt nicht entdeckt!